Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Vlog. Heute ist bezauberndes Wetter und ja, ihr seht richtig, ich esse gerade Eis. Ich habe heute noch geplant, vor den helllichen Wetter rauszugehen und das Wetter zu genießen. Das muss man ja auch mal ausnutzen, wenn es schön ist, weil gibt es ja jetzt auch öfters wieder Tage, wo es nur kalt und regnet. Bei mir gibt es nachher zum Mittag nochmal Mauch-Käse-Suppe, gab es gestern ja noch und heute auch nochmal, mit Baguette zum Reintütschen. Warum muss ich zum Zahnarzt, da habe ich besonders Angst vor. Ja, was macht ihr, bei so einem schönen Wetter, also falls ihr schönes Wetter habt, das will sie ja nicht, aber geht ihr da aus? Und am 13. kommt mein Bruder mit seinem Freund und da wollen wir ein paar schöne Dinge unternommen, da freue ich mich ganz besonders drüber. Ja, also wie gesagt, ich gehe heute noch raus, weil es sehr, sehr schönes Wetter ist. Sorry. Und... Und... Jo... Es ist jetzt mein Eis auf. Jo... Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und... Und... Auch... Ein... Abo. Und das ist kostenlos, wenn ihr mich abonniert. Meine Lieben. Und bis dahin. Ciao ihr Lieben. Ihr Lieben. Hoh...